Am Mittwoch, den 24. Mai, muss sich ja, wie berichtet der Herausgeber und Chefredakteur von Report24 News vor Gericht in Linz verantworten. Der Grund, er hat einen kritischen Kommentar über den Bundespräsidenten Alexander Bellen verfasst. Dieser fühlt sich jetzt beleidigt. Im Falle einer Verurteilung drohen Machl unglaubliche drei Jahre Haft, dafür, dass er seine freie Meinung geäußert hat. Doch bevor er sich jetzt dann vor Gericht verantworten muss, darf ich ihn noch bei uns im Studio begrüßen. Schön, dass du dir Zeit genommen hast Florian. Servus. Florian, das versetzt dir ja viele Menschen in Staunen. Ein harmloser Kommentar ohne jegliche unsachliche Beleidigung oder Schimpfworte führte dazu, dass jetzt der Bundespräsident gegen dich Ermittlungen quasi in Auftrag gegeben hat. Vielleicht noch einmal ganz kurz für unsere Zuschauer, die von diesem ganzen Fall jetzt noch nichts mitbekommen haben. Was konkret wird dir vorgeworfen? Was war denn so schlimm an deinem Kommentar? Es geht um den Satz, dass der Alexander Van der Bellen, unser geschätzter und wunderschöner Bundespräsident, die Verfassung mit Füßen getreten hätte. Das ist alles. Auf die Idee kommt man natürlich nicht als Journalist, wenn man einen Kommentar formuliert, dass das jetzt so anrüchig sein soll, dass man vor Gericht muss. Es ist natürlich schon der Verdacht im Raum, dass es jetzt vielleicht international Bestrebungen gibt, gegen Journalisten oder gegen Einzelpersonen vorzugehen, die Kritik an Grünen äußern. Also wir sehen das jetzt speziell in Deutschland. Es sind einige Fälle aktenkundig, wo zum Beispiel jemand, die Frau Baerbock beleidigt hat, sie wäre nicht besonders intelligent zum Beispiel, beziehungsweise irgendwelche witzigen Filmchen von ihr ins Internet stellt. Und das wird jetzt alles geklagt. Und in Österreich hat diese Klagewütigkeit der Grünen begonnen mit der Eva Glavischnik. Also die hat auch schon angefangen, dass sie Menschenklag der Facebook irgendwas über sie geschrieben haben, was ihr nicht gefallen hat. Die meisten dieser Fälle, muss man schon dazusagen, da wird der normale Bürger verstehen, dass man jetzt vielleicht beleidigt ist. Ja, wenn jetzt Schimpfwörter fallen, brauche ich jetzt nicht ein paar aufzählen. Ich glaube, jeder kennt genug, aber auf der anderen Seite gibt es so etwas wie Volksseele. Es gibt Menschen, die sich in Gasthäusern treffen, die dort vielleicht auch die eine oder andere Meinung zu Politikern haben, die wahrscheinlich eher deftig ist, was auch alles unter dieses strafbare Fallen würde, wenn jemand zufällig zuhört oder mitschneidet. Aber das habe ich eigentlich alles nicht gemacht. Also ich habe die Politiker nicht so bezeichnet, wie man sie eigentlich bezeichnen sollte, sondern ich war sehr höflich. Und ich denke, dass die Aussage, dass der Alexander Van der Bellen die Verfassung mit Füßen getreten hat, durchaus eine gewisse beweisbare Substanz hat. Das kann jetzt einmal im Kontext der Corona-Zeit gesehen werden. Da haben wir ja doch eigentlich wöchentlich Gesetze und Verordnungen gesehen, die sich letztendlich als verfassungswidrig herausgestellt haben. Also was ich weiß, sind mindestens 50 davon mittlerweile kassiert worden vom obersten Gerichtshof. Gerichtshof. Und manche davon sind mit Ansage passiert. Ich glaube nicht, dass diese Gesetze unterschrieben werden. Und weil es diesen Präzedenzfall gibt, kann man auch dem Van der Bellen vorwerfen, sie hätten schon ein wenig agieren können, speziell wenn sie einen Kanzler da sitzen haben, der mit Ansage sagt, das ist mir eigentlich egal, ob unsere Gesetze verfassungskonform sind oder nicht. Und ich denke, dass man die doch sehr höfliche Formulierung Verfassung mit Füßen getreten dann schon benutzen kann. Was man auch nicht vergessen darf, das Ganze ist im Zuge eines Kommentars passiert und nicht im Zuge eines Berichtes, wo ich die volle Wahrheitspflicht eigentlich hätte als Journalist. Ist halt auch sehr relativ, wenn nicht die Leistungen unserer Systemmedien und des ORFs vielleicht dann wenig würdigen möchte, wo vielleicht dann nicht immer alles stimmt und auch nicht immer gleich geklagt wird. Aber natürlich, wenn jetzt vor Gericht sich herausstellt, dass dieses Kommentar einem Wahrheitsbeweis unterliegt, dann können wir sehr, sehr viele Fälle aufzählen und sehr spannend sind es zum Beispiel die aktuellen Dinge, wo der Alexander Van der Bellen ja der Ansicht ist, österreichische Soldaten könnten ja doch ins Kriegsgebiet in die Ukraine entsandt werden. Also auch dazu gibt es einige juristische Meinungen, dass das nicht nur nicht verfassungsgemäß ist, sondern hochgradig kriminell. Aber noch einmal kurz zurück zu deinem Fall. Passiert ist ja das Ganze oder der Kommentar, den hast du ja geschrieben, letztes Jahr im Zuge des Bundespräsidentschaftswahlkampfes gegangen. Es ist ja darum, dass der VDB oder dass der Bundespräsident damals in einem Lokal war, in dem du auch früher oft eingekehrt bist und das hat dich halt sauer aufgestoßen, dass dort quasi parteipolitische Werbung betrieben worden ist. Also nur für den Zuschauer jetzt noch einmal quasi Revue passieren, wie das Ganze jetzt eigentlich angefangen hat. Aber was konkret siehst du da in dem ganzen Fall jetzt? Ich meine, wir haben ja jüngst die Aschermittwochsrede von Herbert Kickl gehört und gesehen, wo er quasi VDB als senile Mumie bezeichnet hat. Zuvor hieß es, da wird es möglicherweise eine Verfolgung geben. Die ist dann aber eingestellt worden oder ist nie zustande gekommen. In deinem konkreten Fall, wie gesagt, ein höflicher, nett formulierter Kommentar. Ist das eine Einschüchterung? Was glaubst du? Ich habe es vorher schon angedeutet. Ich denke, es gibt ein internationales Konzept aus der politisch eher linken Seite oder aus der politisch grünen Seite. Diese Menschen können ja bekanntlich generell nicht mit Gegenmeinungen umgehen. Das sehen wir an Corona, wir sehen es an Klima, wir sehen es an Gender, wir sehen es an LGBTQ oder wie das alles heißt. Die wollen Dogmen in die Gesellschaft setzen. Es gibt nur ihre Meinung, die ist richtig und daneben darf es gar nichts geben. Das wird unterdrückt, das wird kriminalisiert und es wird geklagt. Im Endeffekt ist es ein Missbrauch des Justizsystems für politische Zwecke. Und genau das sehen wir bei diesem Verfahren. Wo ich hundertprozentig sicher bin, es geht nicht nur um mich, sondern man wird jetzt versuchen, die Meinungsfreiheit auch im Bereich der Kommentare ganz massiv einzuschränken. Ich habe die Hoffnung, dass es in Österreich sehr viele Richter gibt, die sich das nicht gefallen lassen, die trotzdem wissen, was sind die Grundrechte, was ist die Verfassung und die auch die Meinungsfreiheit schätzt. Und wir kennen sehr, sehr viele Urteile in dem Bereich. Es gibt ganz aktuelle Kommentare, wo drinnen steht, ein Politiker hat sich viel gefallen zu lassen. Also da gibt es ganz andere Maßstäbe. Wenn jetzt rüber geht es an meinem Nachbarn und den beschimpfen und beleidigen, das hören ein paar Leute, kann es natürlich schon sein, dass er verurteilt wird. Aber wenn jetzt wörtlich jemand zu einem Politiker sagt, das ist ein Trottel, gibt es eben juristische Kommentare, die ganz hochaktuell sind, von hohen Gerichten in Österreich, er muss sich das gefallen lassen. Und es ist wichtig zu wissen, ich habe nie jemanden Trottel genannt. Also Politiker sind ja Personen des öffentlichen Interesses und wie du gesagt hast, sie müssen sich halt gewisse Sachen gefallen lassen. Aber konkret, also du siehst da ganz klar in diesem Vorgehen gegen dich als Person und gegen dein Medium, Report24 ist eines der erfolgreichsten alternativen Medienprojekte seit Corona, hier wird ein Exempel statuiert. Kann man so sehen, ja. Es ist natürlich schwer zu wissen, was ist im Hintergrund. Und wir haben in Österreich natürlich auch sehr viele Weisungen, die von Ministerien kommen können. Es können da im Hintergrund gewisse Prozesse laufen. Wir wissen, dass die Justizministerin Zaditsch in einer Vorfeldorganisation des Weltwirtschaftsforums ist, beziehungsweise sozialisiert wurde. Das sind übrigens nicht die Young Global Leaders, die kennt man eher. Es gibt auch die Global Shapers. Der Name sagt schon, die Welt soll geformt werden nach den Wünschen des Weltwirtschaftsforums. Das ist ja ein Schwab. Ich denke schon, dass die einen gewissen Auftrag haben. Und wir sehen natürlich auch international die Bestrebungen, dass überhaupt die freie Presse, wenn es geht, abgeschafft werden soll. Also sie versuchen der freien Presse das Geld abzudrehen, wo immer es nur geht. Und am liebsten wäre eine natürlich, wenn es das gar nicht gibt. Also man wird auch Kriminalisierung sehen. Man sieht sie teilweise in Irland. Da ist offensichtlich ein neues Gesetz erlassen worden. Da haben wir es noch nicht ganz genau angesehen. Aber es soll so weit sein, wenn man Beiträge von Alternativmedien auch nur auf seinem Telefon hat, ist man strafbar. Also da geht es wirklich darum, was ist noch Meinungsfreiheit, was darf gesagt werden. Es gibt irgendwelche staatlichen Institutionen, die dann festlegen, was ist die Wahrheit, was darf eigentlich noch gesagt werden, ohne dass es Verhetzung ist. Und wenn man dem nicht entspricht, muss man mit einer rechtlichen Verfolgung rechnen. Auch die EU plant hier weitere Einschränkungen, wie gesagt, weil nur in Planung. Aber wir wissen ja, das kann dann relativ schnell gehen und dann ist das langsam ein Gesetz. Und dann haben es nicht nur Medien wie wir schwer, sondern auch andere, die möglicherweise kritisch berichten in anderen Ländern. Weil in Österreich, Report 24, Info direkt, auf 1RTV, wir alle sind im Fokus der Justiz quasi in irgendeiner Form. Wir werden in gewisser Weise auch verfolgt. Es wird immer mit Argus-Augen auf unsere Berichterstattung geblickt. Gleichzeitig wird mit keinster Weise auf den Mainstream geblickt, was der eigentlich in den letzten Jahren für eine Propaganda in Form der Regierung da von sich gegeben hat. Aber Florian, wenn man sich das Verfahren jetzt dann anschaut, was glaubst du, wird das eher jetzt so ein Showprozess werden? Oder glaubst du, werden dort schon Nägel mit Köpfen gemacht und du müsst am Ende des Tages hinter Gittern landen? Wie glaubst du, wie das ausgeht? Mal sehen, ja. Das kann man sehr schwer einschätzen. Ich sehe das Ganze sportlich. Und wenn sie mich für diese Aussage einsperren wollen, dann sollen sie das tun. Also du rechnest auch schon damit, dass du möglicherweise wirklich hinter Gittern landest? Ich habe das überhaupt nicht unter Kontrolle, weil man nicht weiß, was sind die Prozesse im Hintergrund. Was gibt es für Weisungen? Gibt es Weisungen zum Beispiel? Ein Richter darf ja eigentlich völlig unabhängig entscheiden, aber man weiß dann trotzdem, er will einmal befördert werden, er will Karriere machen, was auch immer. Ich gehe davon aus, dass die meisten Richter in Österreich trotzdem nach ihrem Gewissen entscheiden und ordentlich entscheiden, aber man weiß es nicht. Und wenn diese wahnsinnige Politik, die wir momentan ausgesetzt sind, zusammengesetzt aus Schwarzen und Grünen jetzt Weisungen geben, sei es jetzt nur eine Staatsanwaltschaft, das ist weiter zu verfolgen, dann weiß man nicht, wie es ausgeht. Also man hat ja durchaus die Möglichkeit, dass man das wieder und wieder und wieder verhandeln lässt. Ich gehe fix nicht davon aus, egal wie das jetzt ausgeht am Mittwoch, dass wir fertig sind. Also angenommen, es wird freigesprochen, wie jeder einzelne Fall, der genauso gelagert wird in den letzten Jahrzehnten, dann denke ich, wird die Weisung kommen vom Justizministerium, macht es weiter, geht es in die zweite Instanz, lasst das zurücküberweisen in die erste, schauen wir. Vielleicht kommt ja irgendein Richter, der das dann doch so schlimm findet. Also das wird uns noch lange beschäftigen, es ist ein Auftakt zu einem Prozess, der sicher lange dauert. Jetzt hat jüngst der Tag der Pressefreiheit stattgefunden, da berichten ja dann immer alle Mainstream-Medien quasi über die Schicksale in anderen Ländern von gewissen Journalisten etc. Wie sieht es eigentlich in deinem Fall aus? Ich meine, wenn ich so die Mainstream-Medien durchblättere oder durchschaue oder durchhöre, in dem Fall das Radio, man kriegt gar nichts mit, obwohl das eigentlich aus meiner Sicht ein Skandal ist, wie jetzt da gegen einen freien Journalisten in dem Fall dich vorgegangen wird. Hast du irgendetwas mitbekommen? Es gab, glaube ich, einen winzig kleinen Artikel im Boulevard, ob das jetzt die Heute war oder die Österreich, dass der Van der Bellen gegen einen Journalisten vorgeht, es wurde aber nicht genau ausgeschlachtet, wer. Aber ich glaube, da wurde auch ein Beigeschmack hinzugefügt, nämlich ein rechtes Medium. Also so wird es dann auch wieder versucht zu diffamieren, dein Medium quasi auch. Alles, was nicht grün ist, ist einmal rechts grundsätzlich. Darum unterwirft man sich einmal tunlichst, dann kriegt man natürlich ein paar Millionen Förderungen. Das ist ja auch gut, dass man sich anschaut, wie viele Millionen seit spätestens 2019, 2020 ausgeschüttet wurden. Da gibt es ja so viele Verstrickungen. Vor wenigen Tagen ist aufgekommen, der ORF inseriert mit Gebührengeldern. Also wir haben eine Zwangsgebühr an den ORF zu entrichten und der hat während dieser gesamten Corona-Zeit 40 Millionen Euro ausgeschüttet an brave Systemmedien. An den Boulevard, an die Heute, an die Österreich, aber auch zum Beispiel der Falter hat eine hohe sechsstellige Summe bekommen. Und da sind teilweise Medien darunter, wo man sich denkt, wer soll denn das überhaupt abonniert haben. Das ist ja völliger Blödsinn. Das ist eine komplette Verzerrung und das ist jetzt nur der ORF. Es gibt viele staatsnahe Betriebe, die fleißig inserieren in diesen Medien und dann haben wir noch die Presseförderung. Dann haben wir Corona-Sonderförderung und, und, und. Also jeder, der mitmacht, wird ja auch belohnt. Und, ja, das System ist auch ein bisschen verfahren, denke ich. Vielleicht können sie auch gar nicht mehr anders. Die wissen, eine Regierung in Österreich weiß, will ich gute Berichterstattung über mich haben, dann kostet mich das die Summe x Millionen pro Jahr. Dass dieses Geld den Bürgern abgepresst ist, das ist denen ja völlig egal. Und das ist das System in Österreich. Und aus sehr, sehr vielen Gesprächen, auch mit Journalisten und Politikern, weiß ich, dass es diesen Glauben wirklich gibt. Die können sich das überhaupt nicht mehr vorstellen, dass ein Journalist frei recherchiert, ergebnisoffen recherchiert, dass er mal ganz normal nur mit jemandem reden will und dass er da kein Geld dafür will. Also, das ist fast die Frage im Hintergrund, die dir gestellt wird. Naja, was können wir denn für euch tun? Und meine Antwort war bisher immer, ja, gar nichts. Nein, weil dann bin ich von euch abhängig, weil es ist ganz egal, sobald das Geld fließt, wird, ob man will oder nicht, eine gewisse Tendenz da sein. Dass man vielleicht wo drüber schaut, wegschaut, mehr berichtet, was auch immer. Also, je unabhängiger man sein kann, desto besser. Und das ist natürlich für die freien Medien auch sehr schwierig in dem ganzen Kontext. Weil die Millionen, von denen ich gesprochen habe, die kriegen wir nicht. Dann gibt es die Werbegelder, die kriegen wir auch nicht, weil wir sind böse. Da gibt es mittlerweile Listen, in welchen Medien man inserieren darf und in welchen nicht. Haben wir, glaube ich, schon einmal besprochen. Und letztendlich bleibt uns, RTV wahrscheinlich, genauso wie Report24 und anderen, nur eigentlich die Sympathie des Publikums, ja, das Vertrauen des Publikums, dass die sagen, das ist uns was wert, da geben wir die eine oder andere Spende dafür. Aber andere Einnahmequellen haben wir momentan nicht. Wir haben ja auch, oder ich habe ja auch jüngst mit dem Generalsekretär der FPÖ, Christian Hafenegger, über deinen Fall gesprochen. Der hat auch spaßhabig gemeint, ja, es müssten dann wahrscheinlich bald jene, die Van der Bellen damals nicht gewählt haben, damit rechnen, dass sie quasi von ihm verfolgt werden, weil das ihm nicht passt. Und er fühlt sich beleidigt, so auf die Art. Aber Christian Hafenegger hat auch betont, es wird jetzt spannend, weil die FPÖ eine Anfrage im Parlament stellen wird, nämlich, wie oft derartige Verfahren eines Bundespräsidenten überhaupt schon eingeleitet worden sind, in dem Fall VDB, aber auch die Bundespräsidenten zuvor, also eben Heinz Fischer etc. Also auch eine spannende Anfrage, ich glaube, die wirst du auch mit Spannung erwarten, oder? Genau, ja. Ich glaube, die Anfragen sind schon draußen, sind auch an alle Bundesministerien ergangen, weil ja jeder Minister das gleiche Recht hat wie der Präsident und auch das Kanzleramt übrigens. Ja, es wird spannend, wie viele solche Verfahren es gab. Das würde dann zeigen, wie eingangs erwähnt von deiner Seite, dass jetzt in den letzten Jahren da massiv die kritische Meinung unterdrückgesetzt worden ist, ob das tatsächlich so der Fall war unter Zeiten VDBs. Also das wird, glaube ich, spannend, weil die Frage wird sein, wie viele derartige Verfahren wurden von anderen Bundespräsidenten eingeleitet? Jede Antwort wird spannend und aufschlussreich. Also es kann sein, dass es viele solcher Verfahren immer gab, soll sein. Es kann aber auch sein, dass das das Erste ist, wo sie es probieren. Und die Anmerkung war ja sehr richtig. Was kann man dann wirklich noch sagen? Ich werde mit Sicherheit auch das Beispiel bringen vor Gerichten, die dann dafür an immer sagen, mir gefallen die Schuhe nicht zum Fahnen der Pellen, kann ja auch beleidigt sein. Also ich darf dann eigentlich gar nichts mehr sagen, weil er kann über alles beleidigt sein. Weil nochmal der Satz ist, Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat die Verfassung mit Füßen getreten, als Kommentar. Und ich kann da beim besten Willen keine Schimpfwörter und Beleidigungen finden, die jeder normale Österreicher vielleicht kennt oder gewohnt ist oder weitaus schlimmer kennt und gewohnt ist. Also ich finde da nichts, wo ich seine Ehre angreife, sondern das ist, wie auch schon ausgeführt, eigentlich eher eine Tatsache. Auch Christian Hafenwecker, FPÖ-Generalsekretär, hat in unserem Interview betont, VDB tritt die Verfassung mit Füßen. Jetzt wird vermutlich auch gegen ihn ein derartiges Verfahren eingeleitet, schauen wir mal. Aber auch andere FPÖ-Politiker haben ähnliches bereits gesagt und es gab bis dato hier offensichtlich keine Verfolgung, zumindest ist mir jetzt nichts bekannt aus der Vergangenheit. Und ja, sind wir gespannt, ob das jetzt, wie gesagt, gegen dich ein Exempel ist, gegen die freie Medienlandschaft. Und wir sind gespannt, was am 24. Mai um 10.15 Uhr beginnend dementsprechend am Landesgericht Linz verhandelt wird. Ob VDB dabei sein wird oder nicht, da sind wir natürlich auch gespannt. Wir werden auf jeden Fall mit der Kamera dabei sein. Gibt es noch einen letzten Appell von deiner Seite an die freie alternative Medienlandschaft beziehungsweise an die Bürger oder an die etablierte Medienlandschaft? Ja, zunächst nochmal, wir freuen uns, wenn viele Leute dort sind. Natürlich wichtig, friedlich. Also nicht herumlärmen, nicht herumpöbeln, was auch immer. Also keine Plakate und Transparente mitnehmen. Ja, es soll keine Demo sein, sondern wenn ich dort hingehe, dann mit dem Vorsatz, ich will mir dieses Verfahren anhören. Ich hoffe, dass das Gericht viele Plätze zur Verfügung stellt, dass die Menschen, die kommen, und wir rechnen schon mit etlichen, dann auch wirklich zuhören können. Wir waren zum Beispiel Prozessbeobachter in Salzburg beim Dr. Sönichsen, beim Professor Sönichsen. Und dort ist es sehr seriös abgelaufen. Also da hat sich das Gericht gekümmert, dass so viele wie möglich in den Saal dürfen. Die anderen haben draußen gewartet und letztendlich ist alles völlig gesittet verlaufen. Und genau so sollte das eigentlich auch sein. Und es ist sicher nie ein Fehler, wenn man ein gewisses Grundvertrauen trotzdem in die Institutionen der Republik hat, weil viele Menschen wirklich sauber arbeiten und auch nicht zufrieden sind mit dem, was diese Regierung mit uns aufführt. Also das wäre mal der Appell, hinkommen, zuhören, wirklich darauf achten, dass unsere Grundrechte sauber verteidigt werden und dann nicht im stillen Kämmerchen irgendwie ausgehandelt werden. Genau. Ja, was Appell an Medien betrifft, im Grunde genommen kann man den Systemmedien nur sagen, es wäre nett, wenn man anfängt, ergebnisoffen, sauber zu recherchieren, zu arbeiten und eure Arbeit macht. Weil ihr seid einfach kein Regierungslautsprecher. Und dieses Wort habe ich übrigens nicht selbst erfunden, das kommt von Van der Bellen. Alexander Van der Bellen hat sich in den letzten Jahren immer wieder als glühender Bewunderer unserer Grundrechte geäußert. Also da kann ich ein Interview nach dem anderen finden, wo er sagt, es ist so wichtig, dass wir freie Medien haben, es ist so wichtig, dass wir Meinungsfreiheit haben. Auch immer zum Tag der Pressefreiheit und Meinungsfreiheit hat er das geäußert. Und auch in gleichen Worten jetzt in seiner Antrittsrede für die zweite Amtszeit. Also ihm ist so wichtig, dass die Journalisten eine gute Arbeit machen und da ungestört arbeiten können. Und vor einigen Jahren hat er eben wirklich wörtlich gesagt, Journalisten sollen keine Regierungslautsprecher sein. Die müssen der Regierung auch nicht nach dem Mund reden, auch ihm selbst nicht, sondern es ist einfach nur so bedeutsam, dass sie recherchieren und ordentlich arbeiten können. Und da muss man natürlich dann schon die Frage stellen, wie kann es sein, dass jemand über Jahre hinweg immer wieder das Gleiche sagt, wie wichtig die Pressefreiheit ist. Und bei so einer harmlosen Aussage handelt er dann aber vollständig dagegen. Also das ist schon spannend, vollkommen richtig. Und wie gesagt, jüngst hat er auch im Züge einer Rede ja auch quasi ein Denkverbot unter Anführungsstrich quasi ausgesprochen. Man darf sich quasi nicht kritisch über einen EU-Austritt von Österreich quasi äußern. Ein Öxit, das darf man nicht sagen etc. Hat auch Gerald Markle einen sehr langen Kommentar darüber geschrieben. Sehr spannend. Und ja, das zeigt halt auch wieder diese Doppelmoral. Und da fragt man sich, schreibt er seine Reden überhaupt selber oder werden ihm die geschrieben? Weil offensichtlich glaubt er das gesprochene Wort nicht einmal selbst. Florian, ich bin gespannt, was am 24. Mai ab 10.15 Uhr in Linz los sein wird. Am Landesgericht sind wir gespannt. Wie gesagt, wir werden mit der Kamera vor Ort sein. Und während des Prozesses dürfen wir leider nicht filmen. Wir werden aber dem Prozess beiwohnen. Und schauen wir mal. Also wir wissen, es kommt einiges an Prominenz. Wir haben schon gehört, der Klubobmann der MFG Oberösterreich, Manuel Kraugartner, soll dem Prozess beiwohnen. Auch Susanne Fürst, haben wir gehört, soll dem Prozess beiwohnen. Schauen wir mal, wer noch dabei ist. Ich bin davon überzeugt, dass aus der Widerstandsszene einige Menschen kommen werden. Ja, und wir hoffen natürlich nur das Beste für dich, dass am Ende des Tages die Gerechtigkeit siegen wird. Ich sage danke fürs Gespräch heute. Und auch bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal beim RTV Talk Kompakt. Untertitelung des ZDF, 2020